Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werdet ihr nur mich sehen und ihr werdet wahrscheinlich auch erkennen, ich sehe ein bisschen trashig aus, weil zum einen ist es spät, also ich nehme ja normalerweise nicht nachts auf, tue ich diesmal schon, weil es sieht schön aus und wenn man mich schon im Fullscreen sieht, dann sieht man wenigstens einen schönen Hintergrund und meine Haare sind kompletter Trash-Wall-Übergangszeit. Aber wenn wir schon beim Thema Trash sind, können wir auch über die Sims 4 nachhaltig leben reden. Denn es ist noch nicht so viel bekannt, aber es gibt ein paar Dinge, die mich so ein bisschen, ja, über die ich einfach reden wollte. Denn grundsätzlich denke ich, dass dieses Pack ein sehr großes Potenzial bietet von dem, was es halt bringt, weil ich meine, die Sims Community hat ja letztendlich sogar schon mal dafür gevotet gehabt, weil es wird wahrscheinlich einen sehr hohen Platz gehabt haben, als für Waschtag-Accessoires damals gevotet wurde. Wahrscheinlich war es Platz 2 oder so, in dem es halt jetzt dann quasi seinen Platz sich nochmal erhöht hat und dadurch eine große Erweiterung kommt. Und ja, das heißt doch erstmal nichts Schlechtes, weil Leute wollten es ja wortwörtlich haben. Und allein, was wir jetzt im Trailer gesehen haben, ist doch eigentlich schon total cool. Denn da waren auf jeden Fall Sachen bei, wie Creative Sim-Sachen, die halt neu sind. Da hat man schon coole Sachen gesehen und vor allem halt, was man halt im Baumodus cooles machen kann. Und allein das ist es für mich schon wert, ein Pack zu kaufen, weil viele sagen, ja, das wird irgendwann langweilig. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Großstadtleben oder so ist jetzt in dem Sinne auch jetzt nicht so krass spannend. Und ich bezweifle, dass die meisten wirklich regelmäßig noch auf diese Festivals jede Woche gehen. Und wenn einen das ja wirklich dann so krass stört, in manchen Spielständen möchte man vielleicht auch gar nicht sich darum kümmern, wie die Umwelt jetzt ist, kann man das ja schon ausstellen. Das wurde ja schon so, das hat ein Sim-Guru halt schon gesagt, dass das halt so funktionieren wird. Deswegen sehe ich einfach dieses Problem nicht. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass es direkt gehatet wurde, nur weil dieser Fake-Leak im Raum stand, dass ein Farm-Pack kommt. Also weil eine große Erweiterung hat noch nie so viele Dislikes bekommen. Können wir darüber reden? Und vor allem auf Twitter bin ich komplett gestresst darüber, wenn ich auf meinem Sims-Twitter-Account bin, weil ich überall total viel Hass sehe, wie sie es in Wagen können, so etwas Schlechtes dann jetzt für Sims 4 rauszubringen. Wo ich mir so denke, also man hat 1 Minute 35 oder so Trailer-Material gesehen und ein paar Fragen wurden beantwortet, was eventuell passieren könnte. Ich finde, man kann da definitiv kein Fazit darüber ziehen, wie gut dieses Pack jetzt sein könnte. Man muss es wirklich selbst gespielt haben oder zumindest sich mal angesehen haben bei anderen. Denn jetzt kann man noch gar kein Urteil fassen. Ich denke, man kann sehr, sehr viel daraus machen. Und ich denke, sie würden keine große Erweiterung daraus machen wollen, wenn es nicht genug Content dafür bieten würde. Und wenn es im Endeffekt nur eine richtig schöne Welt ist, die dazukommt. Also mir persönlich würde das schon gefühlt reichen so. Und wenn manche sagen, ja, das ist zu teuer, ich würde mir das lieber als Gameplay-Pack vorstellen, kann ich verstehen zum einen. Vor allem, weil es ja ursprünglich dieses Thema ja als Accessoire-Pack angedacht war. Nur wenn es einem halt nur ums Preisliche geht, dann warte doch einfach ab, bis es halt runtergesetzt ist. Weil wenn die ganzen Packs runtergesetzt sind, sind die großen Erweiterungen zu 50% reduziert. Und dann kostet es 20 Euro genauso wie die Gameplay-Packs und dann macht es keinen Unterschied. Klar, du kannst es nicht zu Release spielen, weil du halt dann einfach nicht so viel Geld ausgeben willst. Was ich absolut verstehen kann. Ich finde 40 Euro generell auch zu viel für die großen Erweiterungspacks. Weil das ist halt keine 40 Euro wert in meinen Augen. Also keines von denen. Ich kaufe es natürlich trotzdem zu Release, nur über andere Wege. Aber da ich auch noch kein eigenes Geld verdiene, sehe ich sowieso halt nicht ein, so viel Geld für etwas auszugeben. Aber letztendlich, also auch da, wo ich es sonst herkriege, ist es trotzdem noch recht teuer, weil es zu Release ist halt so. Und vor allem, klar, ich gebe dafür sehr viel Geld aus, aber ich werde ja auch sehr viel Zeit damit verbringen. Ich verbringe ja sehr, 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 sehr viel Zeit mit die Sims 4. Denn allein für mein YouTube-Ding hier spiele ich mindestens so zwei Stunden Sims 4 pro Woche. Was jetzt erstmal wenig klingt. Aber ich spiele privat ja auch hin und wieder noch so dazu. Und das hat jetzt insgesamt schon ein Gesamtwerk von irgendwie... Also ich habe 1200 Stunden und ich habe das ja noch nicht mal seit Release. Also ich kam so ungefähr zu, als Jahreszeiten rauskamen dazu. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Was euch auf jeden Fall am meisten stresst, ist, dass diese Community so extrem hassvoll gegenüber anderen sind. Die, die sagen, hey, ich freue mich richtig darauf, dass dieses Pack kommt, mich interessiert das Thema, mich interessiert, wie sie es umsetzen. Und ich denke, ich werde sehr viel Spaß mit diesem Pack haben. Und Sim-Gurus werden angegriffen und allgemein halt, ja, sehe ich überall nur, wie schlecht denn dieses Pack ist. Obwohl sie quasi noch gar nichts darüber wissen. Anderthalb Minuten Trailer und Leute bilden sich eine Meinung darüber. Klar, kann einen das Thema nicht interessieren in die Sims. Und das kann ich auch verstehen. Und es ist auch nicht toxisch, dass man diese Meinung hat. Nur jetzt schon zu sagen, dass es ein schlechtes Pack sein wird, ist einfach nur dumm. Ich habe jetzt erstmal keine direkten Wünsche, wie dieses Pack aussehen soll. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Ich hoffe, dass sie das größtmöglichste Potenzial daraus ziehen. Und ich hoffe einfach, dass ich meinen Spaß damit finden werde. Weil ich werde es mir so oder so holen. Also es wird bestimmt irgendwas geben, was mich sowieso daran festhalten wird. Weil ich habe an jedem Pack irgendwas, wo ich mich darüber freue, dass es im Spiel ist. Und wenn es halt nur so ein Gegenstand ist oder so. Aber hey, manchmal ist es genau das, was ich halt dann brauche. Und dann freue ich mich halt darüber. Und deswegen ist es halt okay für mich. Ich lasse es alles auf mich zukommen. Und mich würde jetzt interessieren, ob ihr da auch schon Gedanken zu habt. Und wie ihr das findet, dass Leute jetzt so toxisch und eklig zueinander sind. Nur weil sie einen anderthalb Minuten-Strailer gesehen haben. Und nicht dieses Farm-Pack bekommen haben, was halt fake gelegt wurde. Das war jetzt mal ein etwas anderes Video. Aber es hatte einfach so ein dringendes Bedürfnis, dass ich darüber reden musste. Und jetzt ist es raus. Und das tut sehr, sehr gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!